Von wem wurdest du angehötet, Maurice? Ja, von wem wurdest du getötet, meine ich? Äh... Keine Ahnung. Ähm... Dieser... Houston, glaub ich, war das. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Wieso? Ja. Houston! Jungs, Scout und Deagle bitte alle. Ah, der ist klar. Oh, fuck. Lass mich ruhig vor, ich hab nur was. Timing. LOLOLOLOLOL! Oh, ja, du hustest ungewollt. Schleswig-Holstein, ich hab's so geografisch. Echt? Oh, fuck, mein Arm! Wer war das jetzt? Oh, fuck, mein Arm! Oh, ich hab übel gegen meinen Lautsprecher. Direkt mit diesem Homonervter, Alter. Oh nein, jetzt verkackt mir auch ein Tetris. Oh, fuck off. Oh, nervös, wo ich denn? Oh, ich hab' einen Super-Rekord machen. Fire in the hole! Nicht geboostet, dein Arm! Oh! Darf das Airhorn eigentlich in irgendeinem Video fehlen mir, oder? Nein, Alter. Das musst du auch in ein Normal-Video reinmachen. In Daily Shit. In Daily Shit. In Daily Shit. Nee, ich muss meine Videos jetzt anders nennen. Alter, es ist halt so, dass ich das gleichzeitig, sag ich mal, mit ihr gemacht hab. Nee, ich glaub, du hast das vorher. Echt? Ja, dann hast du von mir gesteert. Genau, wenn er so... Als ob der da nichts war, der war dahinter und in diesem Gang. Ich war dann, ey. Boah, ich brauch auch ne Sniper, Alter. Ne Snipergewehr. Hey, wir haben ne Runde gewonnen? Ja, Unretirement of Steam. Tschüss, real life. Ich will Unretirement spielen! Hä? Hä? Da war sogar Blut hinter dem! Hä? Hä? Hä?